Wie sieht momentan so dein normaler Alltag aus? Eigentlich ist es jeden Tag das Gleiche. Ich melde mich beim großen A, schaue, ob es um etwas Interessantes für mich geht. Ich rufe wegen der Stellenanzeige an in der Tageszeitung heute. Herr Schläckler? Herr Schläckler, was ich Ihnen jetzt erzähle, wird nicht gesendet. Es geht niemandem etwas an. Ich lasse dich mir. Scheiße! Musik Untertitelung des ZDF, 2020